Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hoffen ja alle, dass wir so bald wie möglich wieder draussen im Freien sitzen können. Ja, wer weiss, vielleicht klappt das sogar schon an der Ostern. Auf alle Fälle haben wir Ihnen da ganz einen problemlosen Menü-Tipp. Diese grillfertigen, tiefgekühlten Goldstar-Boulet. Auszeichnet mit diesem Siegel für höchste Qualität. Das bedeutet, diese Goldstar-Boulet sind aus der Bodenhaltung und luftgekühlt. Aber Sie wissen ja, diese gefrorenen Boulet sollte man möglichst langsam auftauen. Also am besten ist es, dass man gerade über Nacht in den Kühlschrank leidet. Eine andere Goldstar-Spezialität ist der mehr frisch, tiefgekühlte Fisch. Ich möchte Ihnen gerade mal zeigen, was GOP alles unternimmt, damit Sie so ein Päckchen Goldstar-Fischsticks auch wirklich mehr frisch aus dem Tiefkühler fischen können. Hier auf hoher See bei Norwegen sind die Schiffe unterwegs zu den grossen Fischgründen. Der Fang wird an Bord mit Eis gekühlt und sofort verarbeitet. Und dann sorgen GOP für den schnellen Transport per Schiff, Eisenbahn, Kühlgamin bis in den Tiefkühler von Ihrem GOP-Laden. Und so bleibt die natürliche frische und der hohe Nährwert der Fisch erhalten. Sie sehen also, GOP sorgen für die gute Qualität der Goldstar-Tiefkühlprodukte. Gerade jetzt läuft eine Grossaktion mit fünf Angeboten. Achtet Sie auf diese Plakate an der GOP-Schau-Feister. Und jetzt kommen wir zu weiteren GOP-Aktualitäten dieser Woche. Einmalig günstig sind jetzt bei GOP die Campingmöbel. Wie der Freizeitfoteu aus Stahlrohr mit Linenbezug. Oder der Camping- und Balkontisch. Er hat eine wetterfeste Mekalitplatte. Gut gepolstert ist das Dreibein-Liegebett mit verstellbarem Kopfteil. Und mit dem Gussgrill kann man horizontal oder vertikal grillieren. Bei GOP gibt es Spitzenmarken zu einmalig günstigen Preisen. Unter anderem der Dragon Allround-Sportschuhe von Adidas. Aus leichtem, solidem Nylon, verstärkt mit Velour-Leder. Die Sohle mit dem Sägeprofil ist speziell griffig und rutschfest. Und jetzt schauen wir wie immer in die Studioküche zum GOP-Rezept der Woche. Guten Abend. Eine delikate Pastetli-Füllung, selber gemacht. Hier sehen Sie die speziellen Zutaten für acht Pastetli. Tiefgehehlte Boulet-Brustfilet goldstarr. Dazu goldgeäle Midi-Sweetcorn-Mais und frische Peperoni. Und jetzt zeige ich Ihnen im Detail wie das gemacht wird. Im Anken wird Mehl angeschwitzt. Ablöschen, die wir mit dem Sod, indem wir vorher die Boulet-Teile 30 bis 45 Minuten ziehen lassen lassen. Würzen, die wir mit einem Viertel Teelöffel Salz, Pfeffer und Muskelnuss. Dann lassen wir das Ganze bei kleinem Feuer fünf Minuten leicht köcherlen. Und jetzt kommen die speziellen Zutaten hinein. Boulet-Brustfilet goldstarr. Sweet Corn-Mais. Und Peperoni, die wir in feine Streifchen geschnitten haben. Zum Verfeineren geben wir einen Deziliter Rahm dazu. So, das ist die feine Füllung für Pastetli mit Boulet und Mais. Und das Rezept finden Sie diese Woche in Ihrer Goob-Zeitung. Einen guten Miteinander. Das wäre doch etwas für nächsten Sonntag. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch eine schöne Ostern. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goob die Frucht- und Gemüsekonserven. Ananas, Frucht-Cocktail, Pfirsich, Spargelspitzen, Champignons, Erbschen mit Karotten und Gemüseplatten zu einem besonders günstigen Preis. Röstfrischen Bohnenkaffee Jubilor 500 Gramm für 5,70 und 250 Gramm für 3 Franken. Café du Connoisseur 250 Gramm für 3,20. Caffeine Freie Bonsoir 250 Gramm für 3 Franken. Zwei Tauben Tomi-Mayonnaise für 3,50 und zwei Tauben milder Tomi-Senf für 2,40. Zwei Liter uprisierte Vollmilch für 2,60. Und da noch der aktuelle Preisschlager. Bei Goob gibt es jetzt zwei paar Damenstrumpfhosen Madame für nur 5,50 und ein paar Damenstützstrumpfhosen Clear für nur 4,90. Auf Wiedersehen! COP 2 Einen逢